Ah, nicht mein Problem. Ja, und herzlich willkommen zu Z-Kurma 2. Ich weiß nicht, um was es geht. Es soll ein Horrorspiel sein. Ich dachte mal, wir testen es aus. Ich habe gesehen, ich habe mal reingeklickt ins Spiel, das war's. Wir hören uns jetzt die Story an. Ich weiß nicht, um was es geht. 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 die to-do-list beteiligt gut mit der wii der best wei feinze ist der zuvor kursstumme blablabla ja gut du bist männlicher student blutmord das haben wir zuletzt gesehen in korea 1954 die 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 kann ich auch zuschlagen alter Chewbacca Ok, wo das ein Snorro Game ist Ich lese nicht vor, weil ich schlecht in Englisch bin, ja? So ein bisschen übersetzen könnte ich auch ab und zu. Ich muss hier auf die alte Methode machen. Da einmal drüber, dann hier raus, dann auf dem eigenen Stream läuft schlapp hier. Vor dem Gespräch hat Dorn länger als so ein männliches Gespräch sehr viel länger. Ja. 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 Ich bin reich. Vielen Dank. 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 Noin, he wasn't even... Oh, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler, Kleines. Jetzt kommen die Rattenpenismänner und werde ich... Rattenpenissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist... leicht gruselig. Herz, das ist... Herz der Dunkelheit. Das ist... final... 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 checkt... map... Ah, guck mal hier, jetzt kann ich hier, glaube ich. Yes. Verstehe. Ich glaube, ich lasse das nicht lieber aus. Oh, mein Gott! Weiter. Ich finde einen Weg raus. Oh, es ist aber jetzt am leichtesten. Das sieht gruselig aus. Schaut euch das nochmal an. Ich bin jetzt hier. Ja, wenn wir jetzt hier lang gehen, versuche ich mal. Ich würde am liebsten rennen, aber ich habe Angst. Alter, es ist ekel, nicht. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Hentai City. Bye. 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 Da kann ich mich drunter verstecken. Da ist ein Leichen im Schrank. Absolut normal bei japanischen Schulen. Hier sind Katzen. Ganz normal. Ich weiß nicht mal, ob ihr überhaupt was seht. Ich speichere mal trotzdem mal ab. Schaut euch das mal an. Geht's hier lang? Nee. Ist da unten gerade was dankeschleucht? Ja. 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 ARD Text im Auftrag von Funk 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Get to the security. Erster Stockwerk. Runter, runter muss ich zweimal. Oh, du scheiß Schlampe. Oh, du scheiß Schlampe. Wo es gesperrt ist, ne? Das heißt, ich muss da lang. Nein. Nein, nein, nein. Gleich noch was zurückschreiben. Ich muss mal ins Stream noch ein bisschen weiter. Ein paar Minuten. Halbe Stunde will ich das jetzt streamen. Danach kommt nochmal ein anderes Spiel. Die waren auch noch nicht vorhin noch nicht da, ne? Alter! Das Ding ist das Gruseligste hier im ganzen Spiel. Windows 7 konnte nicht gestartet. Oh! Alter! 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 Vielen Dank. Es ist nicht so einfach. Boah! Boah! Alter, die sind die miesesten. Kleines, hier ist der Generator. Was? Ach so, ich verstehe. Das heißt, ich brauche hier 50 Tasten, um ein Minigame zu spielen. Allein welcher Mensch du nur nutzt heutzutage feiltasten. Versteck dich. Nein! Ja, Schatz! Was macht die an ein Ort wie diesem? Ich weiß, dass Schulen gruselig sind und Lehrer. Ja, Schatz! Ja, Schatz! Schatz! Ja, Schatz! Das ist ein Prinzip. Ja, Schatz! Schatz! Und mach die Tür auf! Was? Scheiße, so war das? Einmal versuche ich es noch nicht viel zum Parkplatz erreichen und wenn wir das geschafft haben, werden ich die Folge mit einem superrangigen Jansu-Nee-Sin-Year. Diese Schlampe da unten will mich tot sehen. Aber ich sag dir nur eins. Mein Licht ist stärker als manche Pussies! Ich will jetzt mal schauen, was ist auf der Lande. Gut, hier gibt es nichts mehr. Scheiße, in die Kist kann ich auch noch. Okay, ich kann nur eins dieser Sprays dran. Oof! Dit, dit, dit. Dit, 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 dit. Möge der Problem mit mir sein. Sittl. Was ist Sittl? ist das doch ist das alt lass die schnappenlehrerin weg lass die schnappenlehrerin weg willst du dich nicht lieber liebhaben und mir eine note 1 geben ich nehme auch eine 6 aber bitte lass mich in Ruhe du siehst aus wie Prober allein 400 Tasten in einem Spiel es rächt nicht eine nein es müssen 400 sein und 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 da gibt's das Auto! Der Mist ist es doch gar harmlos! Und da gibt's das Auto! Weh, du hast mich an der Stuhle abgesetzt! Uuuuhh! Ich erinnere mich, der erste Teil war nur in der Schule, ne? Alter Schwede! Ich erinnere mich, es gab's den ersten Teil davon, der hat in der Schule nämlich gespielt! Jetzt fällt mir alles wieder so ein! Ich glaube, ich mach doch noch mal ein bisschen weiter, weil jetzt hat's mich ein bisschen gepackt! Wir machen das Ding aus, es verrät uns! Wir machen das Ding aus! Wir machen das Ding aus! Ich vertrau' ihn nicht! Hey, man zeigt nicht mit dem Finger auf, wer ist hier? Ich hab' keine Map von hier! An diesem Platz! Ach komm schon! Hört auf, mit eurer Penis hier hinzuklatschen! Ich hab' keine ohne die Karte für lege ich jetzt eigentlich eine Map hier von Arm nein, nein, da wollte ich nicht hin ich weiß nicht mal, ob das Spiel aufgenommen wird, richtig ja, ist gut aus ja ich weiß, sowas spielen sollte man eigentlich per Nacht spielen aber ich hab heute Nachtschichten, da geht es halt schwer es tut mir leid, dass ich Arbeiter bin was ist das? mach ich gleich ja, ich kann das Lichtobjekte loten, scheiße ich muss wirklich das Licht anhaben, um Sachen zu finden die Animationen sind super hier im Spiel, muss ich sagen gefallen mir du bist offen, du bist zu, du bist offen perfekt wir haben die Map wir sind hier, wir müssen hier hin aber wir müssen noch die Karte finden das heißt wir müssen das hier alles abklappern das Gute ist, hier scheint auch nichts zu sein hier ist tentakellos es hat gesucht, ich kann hier was sein ich hoffe, ich komme hier so ganz normal durch die Lobby da komme ich hier rüber, da komme ich darüber hier sind die Gefängnisse wird so das Spiel, muss ich sagen hat mich jetzt 10 Euro gekostet irgendwie konnte ich hier noch die Skins ändern ich hatte hier mir das Komplettpaket gecold das war's so na Okay. Wir haben ein Speicherbuch. Sehr schön. Ich glaube, ich werde das Spiel noch ein paar Minuten spielen, bevor wir weg sind. Hier kommen immer neue Mechaniken dazu. Das finde ich auch dumm. Ich sehe die Kiste erst, aber dann kann ich sie nicht öffnen. Weiß gegen Gift. Das ist nicht schlecht. Jetzt geht's los. Nicht aus. Was ist hier? Das ist hier. Schaut mal da. Schaut mal auf ihr Gesicht. Das stimmt doch was nicht. Ich bin vergiftet. Es ist besser, sich nicht zu bewegen. Ich finde Hilfe. Es wird uns töten. Nicht. Jede Minute bringt mich näher an den Tod. Gut. 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 Ich schätze Die June wird uns später hintergehen. Ja, soll. Man hätte auch einfach das Schild lesen können. Shadow Telekom. Jetzt kann ich es mal spielen. Aber so sieht sie ohne alles aus. Sehr interessant. Hier haben wir noch mal ein Speicherbuch. Ja. Unser Auftrag lautet jetzt... Oh, das wollte ich nicht. Look for High Quentin Officer Card. Schief, Oli. Da ging es hoch, da ging es hoch. Ich kann gleich hier komplett hoch. Machen wir das doch. Seid auch nicht so doof. Geht mir das doch. Seid auch nicht so doof. Sie haben sich die in Besitz genommen. Schaut mal hier. Officer. Und wo bin ich jetzt? Oh ja, ganz woanders, wo ich nicht mal weiß, wo ich bin. Ich speichere hier ab. Sogar mehrfach, weil ich es kann. Mach das Licht aus, verdammt dummes Ding, ey. Alter, ist das ekelhaft. Also ich hätte jetzt das angezogen. Bis zum nächsten Mal. Okay. Sogar ginge ich es. Und ich bin hier. Sogar das geht. Und das geht auch. Und dann, das geht auch. Ich habe das. Und dann. ... 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